Kannst du das jetzt nicht mehr so gut? PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Bau, direkt vom Platz, direkt ins Studio. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des PPP, dem Provinzklassen-Podcast. Mein Name ist Marvin Schmitz und nach einer einwöchigen Abstinenz sind wir heute wie gewohnt wieder für euch da. Und an meiner Seite finden sich ebenfalls wie gewohnt Tim Verzaun und Christoph Heeren. Guten Tag. Ich habe es kurz angeschnitten bereits, nachdem wir ja letzte Woche leider terminbedingt es nicht geschafft haben, eine Folge für euch aufzunehmen, sind wir heute mit drei Spielen zurück. Da haben wir einmal den RFC-Raren Einarten aus der dritten Division Amateure. Die haben eine Niederlage einstecken müssen gegen WI, ein knappes 1 zu 2. Dann haben wir die erste Provinzklasse, die erste Lüttischer Provinzklasse mit dem Derby, mit dem DG-Derby zwischen dem KFC Weivots und Union Kelmis. Da kam es zu einer Punkteteilung, da war Christoph und Tim ist sich neben Raren auch noch ein zweites Spiel angucken gegangen. Und zwar am Sonntag das Keller-Duell in der dritten Provinzklasse. Da haben wir im Angebot den FC Bütchenbach, die gewonnen haben, ganz knapp mit 1 zu 0 gegen Balen. Ja, und ich würde sagen, wir machen mal den Anfang ganz oben. Und zwar beim RFC-Raren Einarten, sprich in den Nationalklassen. Tim, ich habe es eingangs kurz erläutert, eine knappe Niederlage gegen das Kellerkind aus WI. An für sich auf jeden Fall ein überraschendes Ergebnis, oder? Ja, an und für sich ja. Nur wenn man das Spiel gesehen hat, dann ist das Ergebnis schon ein bisschen logisch. Ich habe eigentlich zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten gesehen und Raren hat in der ersten Halbzeit quasi überhaupt nicht stattgefunden. Sie haben sich nicht präsent gezeigt, keinen Kampf, kein Willen, kein Biss. Wenn ich bedenke, dass Raren Einarten als souveräne Aufsteiger gegen eine Mannschaft spielt, die ganz unten drin steht, die völlig an ihren Erwartungen und Anforderungen vorbeispielt, dann denke ich schon, dass Raren das Heft in die Hand nimmt, auch auf des Gegners Platz und sich zumindest Chancen kreieren kann. Das haben sie völlig verfehlt in der ersten Halbzeit. So selbstkritisch waren sie dann auch am Ende, sie waren gar nicht zufrieden. Trainer Jonathan Negrin hat auch von außen immer wieder reingerufen, wacht doch mal auf, zeig mal endlich was. Aber es hat nicht geholfen und stattdessen hat Huy dann zwei Tore gemacht und ist völlig verdient mit einer 2-0-Führung in die Kabine gegangen, in die Halbzeit. Dann hat Huy seiner Meinung nach wahrscheinlich genug fürs Spiel gemacht, zumindest fürs Offensivspiel, und hat sich nur nach hinten reingestellt und probiert, dieses Ergebnis dann über die Zeit zu bringen. Das hat Raren natürlich dann genutzt, um seinerseits endlich mal in die Offensive zu finden. Und sie hatten auch gute Möglichkeiten. Die zweite Halbzeit hat direkt begonnen mit einem Elfmeter, den Tobias Laufs rausgeholt hat und auch dann verschossen hat. Er hat den Ball an die Latte gesetzt und es ging direkt weiter mit großen Chancen. Und Tobias Laufs, vor allem der Mann der zweiten Hälfte, ein bisschen auch auf tragische Art und Weise, weil er sehr viele Chancen vergeben hat. Er hat dann aber effektiv auch den Anschlusstreffer erzielt nach einer Ecke und hat die Hoffnung dann zurückgebracht. Aber die verpatzte erste Halbzeit hat Raren dann am Ende um den Punktgewinn gebracht. Und dementsprechend kann man sagen, dass dieser Punktverlust für Raren Einheiten sowohl logisch als auch verdient ist, trotz der guten zweiten Halbzeit, auf der sie dann unbedingt für die kommende Woche aufbauen müssen. Können also so 45 Minuten bereits entscheidend sein in solchen Spielen? Machen die dann trotzdem, sag ich mal, irgendwo den Unterschied? Weil du sagtest, Raren hat sich nach der ersten Halbzeit eigentlich nur noch hinten reingestellt, hat dann Zement angerührt. Laut deinen Aussagen, also ich interprete das so, dass das nicht so unbedingt der dichteste Zement war. Aber ist Raren dann vielleicht auch einfach an sich selbst gescheitert durch diese nicht so gute oder schlechte erste Halbzeit, dass es dann einfach hat, auch nicht sollen sein? Natürlich, sie waren ja auch gar nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Und man muss natürlich auch sagen, dass Mannschaften wie Wee oder Cine, die da unten stehen, jetzt unbedingt mal gewinnen müssen, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Denn das hatten die Raren Einheiten auch vor dem Spiel gesagt, das sind die letzten Chancen für die Kellerkinder. Wenn die bis Weihnachten nicht eine 6 auf 6 oder eine 6 auf 9 machen, dann ist ihr Abstieg quasi schon besiegelt. Und genau das hat Wee eigentlich gezeigt. Sie waren von Anfang an bissig, sie haben gekämpft, sie wollten diesen Sieg unbedingt. Und dann machst du eine Mannschaft natürlich noch stärker, indem du selbst gar nicht mitspielst und die Mannschaft dann auch noch 2-0 führen lässt. Und dementsprechend hat Wee dann in der zweiten Halbzeit genau das gemacht, was sie machen mussten. Sie haben, wie du sagst, Zement angerührt, diesen Zement weitestgehend auch dicht gelassen und haben dann gekämpft bis zum Ende und dementsprechend sich den Punkt oder die drei Punkte dann auch verdient. Gibt es denn trotz der Nullpunkte und vielleicht auch noch nicht so ansprechenden Leistungen irgendwo trotzdem positive Sachen, die Raren Einheiten aus diesem Spiel mitnehmen kann und wenn es am Ende auch schlussendlich nur vielleicht eine Leere in Anführungszeichen ist? Da fällt mir ehrlich gesagt nicht viel ein. Ich habe ja gesagt, dass Raren in der zweiten Halbzeit eine 180-Grad-Wende hingelegt hat und dann auch endlich offensiv gespielt hat. Da haben sie dann allerdings auch viele Großchancen liegen gelassen. Also da kann man dann auch nicht viel Positives rausziehen. Positiv ist, dass sie zurückgekommen sind, das ist klar. Und ansonsten fällt mir positiv eigentlich nur ein, dass Jeremy Bong wieder auf dem Platz stand, der ja vorher verletzt war. Aber ich glaube nicht, dass Raren Einheiten so viele gute Dinge aus dem Spiel hat ziehen können. Also sollte die Rarner-Devise in diesem Sinne eigentlich nur lauten, Mund abputzen, weiter geht's, so schnell wie möglich das Spiel abhaken und sich dann auf die Folgewoche konzentrieren? Absolut, richtig. Denn da wartet mit Sprimo natürlich ein ganz harter Brocken, der im Moment einen Riesenlauf hat. Da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen beim Tippspiel. Aber wie du sagst, auf jeden Fall Mund abputzen und den Blick nach vorne richten. Sprimo ist ja auch zwar nur mit der zweiten Mannschaft, aber immerhin auch ein Gegner der zwei Mannschaften, die jetzt kommen. Dann springen wir nämlich mal eine Klasse tiefer. Da haben wir es schon angesprochen, das Ost-Belgien-Derby zwischen Weiworts und Kelmis am Wiedemau-Weg. Das klingt ja auf dem Papier sowieso schon mal nach einem Fußballfest. Christoph, du warst da, am Ende gab es eine Punkteteilung. Ist das am Ende ein Ergebnis, das auch so nach Spielverlauf in Ordnung gegangen ist? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da ein Duell gesehen, das man wirklich als feuchtfröhlich betiteln kann. Dann feucht vor allem wegen der ersten Halbzeit, da hat es geregnet wie in Strömen. Und fröhlich aufgrund der zweiten Halbzeit, in der es wirklich richtig viele Torschancen gegeben hat und auch einige sehr sehenswerte Torschancen. Die erste Halbzeit war ein bisschen, naja, sagen wir mal zäher, aber die Treffer, die wir gesehen haben, haben dann auch gezeigt, wie es zu den Torschancen kam. Das waren beide Male doch ziemliche Geschenke. Also in der ersten Halbzeit standen die Defensiven dann noch nicht ganz so gut, beziehungsweise Geschenke hat ja vielleicht auch in dem Sinne von einem Aussetzer oder einem Gedankenfehler kann da ja immer mal passieren. In der zweiten Halbzeit, hast du gesagt, gab es jede Menge zahlreiche Torschancen. Waren es dann da die Defensivreihen, die es am Ende verhindert haben, dass es keinen Sieger gab? Naja, also ein Tor hat auf jeden Fall die K-Mister-Hintermannschaft in der zweiten Halbzeit nicht verhindert, denn in der 60. Minute ist dann erst der Ausgleich gefallen. Ansonsten hat es größtenteils auch an den Torhütern gelegen, die richtig schöne Paraden rausgeholt haben, aber auch am Aluminium. Denn Ismail Aksu hat einen wunderschönen Pfeilrücks hier von der Strafraumgrenze auf die Latte gesenkt. Und das hätte ein Tor des Monats sein können. Schade drum eigentlich, denn wir waren auch noch mit der Kamera da. Ja, in der ersten Halbzeit hat er ja ein bisschen mehr Glück. Da hat er die K-Mister in Führung gebracht. Was war am Ende so ein bisschen das Ausschlaggebende, dass K-Mister es nicht geschafft hat, diese Führung über die Zeit zu bringen beziehungsweise vielleicht auch irgendwann mal auszubauen? Ja, sie haben irgendwann, würde ich, angefangen auch ein bisschen unkonzentriert zu sein. In die Phase ist dann auch ungefähr der Ausgleich gefallen. Das war auch so eine Szene, die man fast schon mit dem 1-0 vergleichen konnte. In beiden Fällen war jeweils der Stürmer zentral durchgekommen, was echt unnötig war. Und noch dazu hat sich K-Mistern auch noch Ende des Spiels in die Bedulde gebracht, als sich Nikola Gerrikens eine gelb-rote Karte geholt hat. Also es hat ziemlich viele Proteste gegeben in der Situation. Ich stand auf der komplett gegenüberliegenden Seite. Also ich habe es wirklich nicht gut sehen können. Aber ich glaube schon, dass da eine Berührung gegeben hat. Und wenn ja, dann war das echt mit die dümmste gelb-rote Karte, die ich seit langem gesehen habe. Denn der K-Mister-Schlussmann war schon lange am Ball. Und in dem Moment bringt Gerrikens den Weiberzer Stürmer zu Pfeil, was halt echt komplett unnötig war. Dementsprechend, naja, wir haben sich zwar so ein bisschen in die Bredouille gebracht, aber nach dieser Szene hat es nicht wirklich noch Torraum-Szenen gegeben. Am Ende ist es bei einem 1-zu-1 geblieben, weil beide Mannschaften ihre Torchancen nicht genutzt haben. War denn für dich so während des Spiels eine Mannschaft in gewisser Weise näher dran an den drei Punkten am Derbysieg als die andere? Oder war es eigentlich so, dass die Chancen relativ ausgeglichen verteilt waren und somit dann am Ende auch, dadurch, dass die Chancen eben nicht genutzt worden sind, der Punkt in Ordnung geht? Die Chancen waren gleichmäßig verteilt. Aber nach dem Spiel sprachen auch beide Mannschaften davon, dass sie eigentlich auch zwei Punkte verloren haben bei dem Spaß. Denn wenn man dermaßen viele Torchancen hat, dann braucht man auch nicht auf den Gegner zu gucken und zu sagen, die haben ja auch so viele Torchancen vergeben. Das ist dir ja in dem Moment auch vollkommen schnuppe. Dementsprechend beide waren nur so semi-zufrieden, weil war es ein bisschen zufriedener, zumal sie ja auch im Hinspiel 5-0 auf den Deckel bekommen hatten in Kelmis. Aber ja, insgesamt waren es für beide jeweils einen Punkt, aber dann auch zwei Punkte, die sie eben nicht haben einfahren können. Jetzt hatte Kelmis im Oktober und November ja diese kleine Durststrecke da von vier Niederlagen in Folge, durch die sie dann auch den Kontakt zur Tabellenspitze verloren haben, beziehungsweise dann von Platz 1 runtergefallen sind. Mittlerweile haben sie seit vier Spielen nicht mehr verloren. Da haben sie jetzt auch eine kleine Serie gestartet. Auf welchem Pfad siehst du Kelmis? Können sie denn vielleicht nochmal oben anknüpfen? Ja, seit vier Spielen nicht verloren, aber davon waren ja auch drei unentschieden. Also dementsprechend hat es dann auch ein bisschen schwieriger. Wobei ein Unentschieden gegen dieser dabei war, das ist ja dann auch schon eine Leistung. Aber insgesamt hat sich das gezeigt, was wir ja schon selber sehr früh in der Meisterschaft thematisiert haben. Sie tun sich mit den Plätzen, wie sie jetzt im Winter auswärts nun mal sind, sehr schwer. Davon sprach auch Claudi Kudura nach dem Spiel, dass eben der Platz sehr tief ist, dass das für die technisch starke Kelmesser-Mannschaft dann auch eine ziemlich unangenehme Aufgabe ist. Wobei sie in dem Fall eigentlich jetzt in diesem Spiel genau das gemacht haben, was man in der Situation machen muss, sprich 1-0 in Führung gehen. Das ist dann in dem Moment das Schwierigste, weil Verteidigen auf so den Plätzen ist grundsätzlich meistens einfacher, als das Spiel machen zu müssen. Es ist schwierig zu sagen, wenn sie es schaffen, zu Hause ihre Sieger einzufahren, und das muss das Ziel sein auf jeden Fall, dann können sie auch wieder in die Spur finden. Denn spielerisch und auch von den systemischen Ansätzen her, war das doch wieder zumindest halbwegs in die Richtung, wie wir sie Anfang des Jahres gesehen haben. Aber man merkte ihnen auch ein bisschen an, dass da vielleicht doch ein bisschen so ein Stolperer reingekommen ist, eben mit dieser Negativ-Serie, und dass sie jetzt viel mehr um die Punkte kämpfen müssen, als sie es vorher mussten. Um von Kelmies auf Weivots zu kommen, Weivots steht ja eigentlich relativ in der Mitte der Tabelle, haben jetzt aber nicht so wirklich den größten Puffer nach unten in Richtung Gefahrenzone. Ist wahrscheinlich dann auch umso tragischer, dass wenn man in einem Spiel gut dabei war, dass sie dann die zwei Punkte, die zusätzlichen Punkte haben liegen lassen. Jetzt ist es ja so, dass sie aber mit Mélen und Sterbe zwei Mannschaften kriegen, die über ihnen stehen und die auch schon einen gewissen Vorsprung haben. Wäre es dann umso wichtiger jetzt für Weivots in den Wochen vor Weihnachten, sofern das Wetter die Spiele zulässt, dass sie da noch einige Punkte mitnehmen, um die Kluft nach oben etwas zu schließen. Aber was dann viel wichtiger ist, die Kluft nach unten vor allen Dingen viel größer werden zu lassen. Ja, Dave Frau sprach davon, dass sie im Vergleich zur Hinserie auf jeden Fall mehr Punkte einfahren wollten zu dem Zeitpunkt in der Meisterschaft. Aber gut, das waren noch nicht sehr viele am Anfang der Saison. Jetzt haben sie schon mal gegen Kelmies es besser gemacht als im Hinspiel. Sehr viel besser gemacht. Und für sie muss auf jeden Fall das Ziel sein, die Lücke eben noch ein bisschen weiter aufreißen zu lassen zu den Mannschaften, die hinter ihnen stehen. Denn, gleiche Diskussion wie jedes Jahr, das Abstiegssystem in der ersten Provinzklasse macht, dass du dir fast nicht sicher sein kannst, auf welchem Tabellenplatz du stehen musst, um nicht in Abstiegsnot zu geraten. Und da ist jeder Punkt immer Gold wert, vor allem damit man dann auch eine halbwegs ruhige Winterpause hat. Also zwar vielleicht für beide Mannschaften zwei verlorene Punkte, aber im Endeffekt können beide froh sein, dass sie jeweils einen Punkt geholt haben. Ich meine, mehr wäre für beide in dem Sinne eh nicht drin gewesen, weil dann wäre eine Mannschaft ja leer ausgegangen. Hoffen wir mal, dass Weiwatz es dann auch schafft, sich aus dem Keller noch ein bisschen abzusetzen. Und das Stichwort Keller bringt uns auch auf unser drittes Spiel. Tim war am Sonntag nämlich beim Spiel Bütchenbach gegen Balen. Und da sprechen wir von einem absoluten Kellerduell der dritten Provinzklasse D. Ja, und aus ostbelgischer Sicht gab es dann da fröhliche Neuigkeiten, denn das Keller-Duell haben die Schwarz-Gelben mit 1 zu 0 für sich entschieden. Tim, würdest du sagen, dass es ein absoluter Big Point ist? Ja, so kann und muss man das auf jeden Fall beurteilen, denn wie du gesagt hast, es war ein Keller-Duell. Bütchenbach hat vor dem Spieltag unter Balen gestanden und hätte Balen dann noch die drei Punkte von diesem Spiel jetzt dazu gewonnen, dann wären es halt schon vier Punkte Abstand gewesen. Und die dann zumindest noch bis zur Winterpause aufzuholen, ist halt ein großes Ding, denn da müsste Bütchenbach ja beide Spiele gewinnen und Balen beide verlieren. Dementsprechend ist es auf jeden Fall ein wichtiger Sieg und er war auch verdient, meiner Meinung nach, weil Bütchenbach eine sehr kämpferische Leistung, eine herzhafte Leistung gezeigt hat. Sie haben sich in jeden Ball geschmissen und in jeden Ball gekämpft. Es war natürlich nicht immer schön, das hatten wir auch schon im Vorfeld besprochen, dass das wahrscheinlich kein tolles Spiel werden wird und kein Spektakel. Aber gut, wenn man nicht mit dieser Erwartung da reingeht, dann kann man sich auf so ein Spiel auch einlassen. Und es war auch kein langweiliges Spiel. Also Bütchenbach hat das Heft sofort in die Hand genommen, wollte den frühen Treffer, hat es aber nicht geschafft, gefährlich nach vorne zu kommen. Das hat sich erst so nach 25, 30 Minuten geändert. Dann hatten sie dann auch ein paar Torchancen. Balen bis dahin eigentlich nur über ruhende Bälle gefährlich. Die hatten da ein paar Minuten lang so eine Freistoß-Eckenserie. Und die erste wirkliche Chance aus dem Spiel heraus hatte Balen kurz vor der Pause. Und dann ging es dann auch 0-0-0 in die Pause rein. Und die erste nennenswerte Szene der zweiten Halbzeit, die hat dann das 1-0 gebracht durch Luka Tonkowitsch. Und ja, dann hat Bütchenbach es aber nicht geschafft, den Deckel draufzumachen, weil sie viele Chancen vergeben haben. Und so wurde es dann am Ende noch eine richtig dramatische und spannende Schlussphase. Was war dann am Ende der Schlüssel, beziehungsweise das Entscheidende, dass Bütchenbach es dann doch geschafft hat, die drei Punkte über die Zeit zu bringen? War es der Kampf oder haben sie einfach hinten richtig gut dicht gemacht? Oder war es am Ende vielleicht dann auch irgendwo ein bisschen Glück, das mitgespielt hat? Beides. Also das Glück war auch auf einer Seite dabei, aber auf der anderen Seite hat Bütchenbach das auch gut verteidigt, hat sehr wenig zugelassen, obwohl sie hinten einige Umstellungen gehabt haben. Die Größe zum Beispiel dadurch, dass Tim Joost von seiner Außenverteidigerposition auf die Innenverteidigerposition gewechselt ist. Das hat man aber nicht wirklich gemerkt in dem Sinne, als ob sie da hinten verunsichert gewesen wären. Denn sie haben sehr wenig zugelassen, wie ich eben gesagt habe. Balen hatte in der ersten Halbzeit nur eine Chance aus dem Spiel heraus. Die anderen Chancen waren Standards, die sie dann, die Bütchenbach aber dann auch hat klären können. In der zweiten Halbzeit war es eigentlich genauso, da ist Balen am Ende dann gefährlich geworden, weil sie probiert haben, durch Konter dann zum Unentschieden zu kommen. Und da konnte sich Bütchenbach dann wohl auf seinen Torwart verlassen, auf Ramon Tyson, der einmal in der, was war es da, sieben oder achten, achtzigsten Minute zwei richtig geile Paraden gezeigt hat. Einmal einen Schuss und dann direkt den Nachschuss noch zur Ecke gelenkt. Da hat er wirklich auch gezeigt, dass er seine Form von der letzten Saison mittlerweile wiedergefunden hat. Und wenn er auf jeden Fall in dieser Form so weiter ist, dann kann Bütchenbach sie auf einen guten Torwart verlassen. Ja, und dementsprechend blieb es dann am Ende beim 1-0. Und mit diesem 1-0 hat Bütchenbach ja wirklich schon im Big Point gelandet. Vor allem an diesem Spieltag, an dem da unten die Mannschaften alle entweder gewonnen oder verloren haben. Wenn man da sieht, sein Vetter hat sehr wichtige drei Punkte eingefahren. Auch Seyf Rokoschor B hat gewonnen in Goi. Das muss man dann auch erstmal machen als abstiegsgefährdete Mannschaft. Ja, wie wichtig sind dann auch diese drei Punkte für die Bütchenbacher, die ja sonst wahrscheinlich dann da unten im Sumpf noch ein bisschen mehr versunken werden? Ja, deswegen. Du hast die Antwort ja quasi schon selbst gegeben. Wenn sie das auch noch verloren hätten, dann hätten sie angesichts der anderen Resultate effektiv unten ganz fest drin gehangen. Und man hat auch gemerkt, wie wichtig dieser Sieg war. Also, dass der letzte Heimsieg, den Bütchenbach eingefahren hat, war das 6-2 gegen Troppau. Das war am 22. September. Das ist schon zweieinhalb Monate her. Dementsprechend hat man auch gemerkt, wie gut dieser Sieg getan hat. Also, ich stand auf der Tribüne mit Präsident Andreas Richter zum Beispiel und den anderen üblichen Verdächtigen. Und ja, die waren schon wirklich nervös am Ende, als Bayern dann einen Konter nach dem nächsten gefahren hat und Bütchenbach den Sack einfach nicht zumachen konnte. Und dann gab es da noch eine sehr lange Nachspielzeit. Das waren, glaube ich, vier, fünf Minuten, die meiner Meinung nach gar nicht hätten sein müssen. Aber okay, der Schiedsrichter hatte vielleicht einfach Spaß am Spiel. Und da hieß es dann auch immer, pfeif endlich ab, es ist gut. Warum so eine lange Nachspielzeit? Und als es dann abgefiffen wurde, dann war da ein kollektiver Jubel in Bütchenbach. Also wirklich, du hast gemerkt, dass dieser Sieg immens wichtig war. Nun bleiben dem FC Bütchenbach ja noch zwei Spiele nun bis zum Jahresende. Und da wachten auf den FC Bütchenbach zwei richtige Brocken. Und zwar einmal Pippin, die sich ja am vergangenen Wochenende in den Lauf gespielt haben, würde ich jetzt mal sagen. Und wieso, was haben die denn gemacht? Ich glaube, die haben knapp gewonnen. Und dazu wartet dann eben auch noch Hout Fannje, die sich ja die Tabellenführung aktuell teilen mit Emmels. Also zwei Aufgaben, wo man nicht so einfach mal sechs Punkte mitnimmt oder generell irgendwas an Punkte mitnimmt. Würdest du sagen, dass Bütchenbach dennoch mindestens noch einmal punkten sollte? Für die Tabelle auf jeden Fall und auch für den Trainer. Denn Steve Packe hat auf jeden Fall gesagt, er will vier Punkte aus den letzten drei Spielen. Drei haben sie jetzt geholt. Das heißt, einer soll es noch sein gegen Pippesda oder gegen Hout Fannje. Aber natürlich, wie du sagst, das sind harte Gegner. Mannschaften, die entweder sehr viele Tore schießen, wie zum Beispiel Pippesda jetzt am Wochenende gezeigt hat beim 11-0 gegen Elsenborn. Oder sehr wenig Tore kassieren, wie dann im Falle von Hout Fannje. Bütchenbach muss sich auf seine Tugenden besinnen. Das hat Guy Pütters, der Ex-Trainer, auch immer gefordert, dass sie kämpfen, dass sie laufen, dass sie Biss zeigen, Willen zeigen. Und dann können sie auch Mannschaften von oben besiegen. Das haben wir zum Beispiel gesehen gegen Emmels. Da haben sie lange an den Punktgewinn glauben dürfen, weil sie gut gespielt haben und Emmels auch dann teilweise den Schneid abgekauft haben. Am Ende haben sie da zwar mit zwei, drei verloren, haben sie aber gut verkauft. Und wenn sie das gegen Pippesda oder gegen Hout Fannje wiederholen können, dann ist da auf jeden Fall ein Punkt drin, wie zum Beispiel im Hinspiel. Da haben sie nämlich bei beiden Mannschaften unentschieden gespielt. Das wäre doch mit Sicherheit ein sehr positives Gefühl, dann auch mit diesem Schwung in die Winterpause zu gehen, die ja nicht allzu lang ausfallen wird, sofern der Wettergott da mitspielt. Also mit Sicherheit eine sehr, sehr wichtige Sache für Bütchenbach, da vielleicht noch ein Pünktchen oder zwei irgendwo mitzunehmen. Unmöglich ist ja nichts. Und das hoffen wir dann vielleicht aus Bütchenbacher Sicht auch, dass sie da, wie gesagt, noch irgendwas Zählbares mitnehmen können. Ja, was Zählbares mitnehmen war bei uns im Tippspiel auch wieder rar gesät, trotz einiger Spiele, die wir getippt haben. Ich meine, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ist es bei mir ein großes Osterei geworden. Tim, du hast zweimal gepunktet bzw. zwei Punkte geholt beim Spiel von Bütchenbach gegen Bahl. Genau, ich hatte 2-1 getippt und es ist 1-0 ausgegangen. Und Christoph hat den Vogel abgeschossen mit einem 1-0. Ja gut, den Vogel abgeschossen in einem von vier Spielen. Also im Schnitt ist das noch immer genauso schlecht wie meine Saison bisher insgesamt. Ja, besser als eine Runde 0, kann ich da nur sagen. Weil wir ja so gut sind in den letzten Wochen im Tippspiel. Ja, tippen wir diesmal nur die Hälfte der Spiele, damit es vielleicht etwas mehr an Punkte kommt bzw. wenn dann eine 0 da steht, ist es nicht ganz so graviert. Ja, und da ist mal wieder der RFC Raren Einheiten aufgetaucht. Surprise, surprise. Ja, das ist übrigens ein gutes Pflaster für mich, zumindest in der Vorwoche. Das ist gar nicht berichtet worden. Ein klassisches 5-0, das ich vorausgesagt habe. Lügenpresse. Ja, das siehst du mal. Ich habe auf 1-0 getippt und es ist wahr geworden. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen. Und ja, Tim hat es bereits angesprochen. Es wird eine richtig schwierige Aufgabe werden auf Berg für Raren Einheiten. Denn das Primo ist zu Gast. Tim, ich lasse dir als Experten der dritten Division Amateure mal den Vortritt. Was würdest du denn da tippen bzw. was traust du Raren Einheiten zu? Ich traue Raren Einheiten zwei Tore zu, die sie dann auf eigenen Platz bejubeln dürfen. Allerdings traue ich Primo auf der anderen Seite vier Tore zu. Denn Primo hat einen sehr guten Lauf im Moment, haben endlich mal jetzt ihre Favoritenrolle auch so ein bisschen ergriffen und ausspielen können. Haben viermal in Folge gewonnen und Raren Einheiten mittlerweile in der Tabelle überholt. Deswegen gehe ich davon aus, dass Primo zum Jahresabschluss auch den fünften Sieg in Folge landen wird und mit 4-2 gegen Raren gewinnt. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass Raren Einheiten sich nicht mit zwei Niederlagen in Folge aus dem Jahr 2019 verabschiedet. Denn das wird irgendwie gar nicht zu einem Jahr passen. Ich meine, was hat Raren Einheiten alles gemacht in diesem Jahr? Sie sind Meister geworden in der ersten Provinzklasse, sind aufgestiegen zum ersten Mal in die Nationalklassen, haben da eine grandiose Hinrunde hingelegt. Da kann man auch schon mal zweimal in Folge verlieren. Das ist absolut kein Beinbruch. Es wäre nur schade, wenn es zum Jahresende passieren würde. Wenn du schon auf eine Niederlage tippst, musst du es schon schön verpacken. Genau, richtig. Damit ich überhaupt hin darf am Sonntag. Was sagst du denn, Marvin? Ja, dass Tim auf jeden Fall am Sonntag beim Security-Check schon mal Hausverbot bekommt. Das lässt sich bestimmt einrichten. Zum Spiel jetzt sage ich, dass Raren die Punkte teilen wird. Dass sie sich zumindest mit einem etwas positiven Gefühl verabschieden. Ich sehe gerade, Tim hat einfach was aufgeschrieben. Deswegen sage ich 2-2. Ich habe es irgendwie gedacht, weil du tippst bei Raren immer auf viele Tore. Deswegen hätte 1-1 nicht gepasst. Und dann habe ich mal einfach vermutet, du tippst 2-2. Ja, 0-0 hätte ich sowieso nicht getippt. Aber ich folge einfach deinem Kuli. Deinem Kuli-Strich. Und ich habe da gerade was gesehen und jemand fängt an zu lachen. Also glaube ich, den dritten Tipp zu kennen. Ja, Tim hat sehr richtig gemutmaßt. Ich mache es in beiden Spielen kurz, knapp, sicher. Beide Spiele gewinnt der Hausherr 3-2. Also auch im Spiel Wallhorn recht tippe ich 3-2. Genau, denn das war das zweite Spiel, das wir tippen. Das gehst du dann wahrscheinlich für den BRF gucken, Christoph. Wallhorn gegen recht. Da habe ich mich auch schon vorab auf einen Tipp festgelegt. Und zwar auf einen Auswärtssieg von recht, der mit 0-2 ausfällt. Ob du damit recht behältst? Oh, weia. Zum Glück ist bald Winterpause. Und einfach nur, weil es auf deinem Blatt so schön aussieht, werde ich die Struktur beibehalten. Christoph tippt auf einen Auswärtssieg. Tim, beziehungsweise andersrum. Tim tippt auf einen Auswärtssieg. Christoph auf einen Heimsieg. Und ich auf eine Punkteteilung. Und ich bleibe bei 2-2. Und ja. Ey, wir haben aber richtig viel Abwechslung hier beim Tippspiel diese Woche. Ja, immerhin punktet nur einer. Und mit diesen versöhnlichen Worten zum dann dritten Advent können wir die Sendung hier auch beschließen. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch Zuhörer. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Das war PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Bau. Direkt vom Platz. Direkt ins Studio.